Der Brief des Jakobus, Kapitel 1, gelesen nach der Textbibel Jakobus, Gottes und des Herrn Jesus Christus, Knecht, an die zwölf Stämme in der Diaspora, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, in der Erkenntnis, dass eure Glaubensprobe Ausdauer wirkt. Die Ausdauer aber soll es zum vollendeten Werk bringen, dass ihr vollkommen seid und ohne Fehl in nichts zurück. Wenn aber einer von euch an Weisheit zurück ist, so bitte er bei Gott, welcher allen gibt ohne Weiteres und nicht vorhält, so wird es ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und ohne Zweifel, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswelle, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch meine doch nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ein Mann mit geteilter Seele, unbeständig in allen seinen Wegen. Es rühme sich aber der niedrige Bruder über seine Höhe, der reiche aber über seine Niedrigkeit, weil er wie die Blume des Grases vergehen wird. Denn die Sonne ging auf mit ihrer Glut und verdorrte das Gras, und seine Blume fiel aus, und ihr liebliches Ansehen war dahin. So wird auch der Reiche auf seinen Wegen verwelken. Selig der Mann, der Versuchung erduldet. Denn wenn er bewährt ward, wird er den Kranz des Lebens empfangen, den er verheißen hat denen, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott aus versucht. Denn für Gott gibt es keine Versuchung zum Bösen, er versucht keinen. Vielmehr wird jeder so versucht, dass er von seiner eigenen Lust hingezogen und gelockt wird. Dann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollbracht ist, gebiert Tod. Lasset euch nicht täuschen, meine teuren Brüder. Alles, was gute Gabe und vollkommenes Geschenk ist, ist von oben her. Es kommt herab vom Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung statt hat, noch ein Schatten von Wandel. Er hat es gewollt und hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit, dass wir seien eine Art Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen. Ihr wisst es, meine geliebten Brüder, es sei jeder Mensch rasch zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorne. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum leget allen Schmutz und Auswuchs von Bosheit ab und nehmet in Sanftmut das echte Wort an, das eure Seelen erretten kann. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, euch selbst zu betrügen. Denn wenn einer Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Antlitz im Spiegel betrachtet. Er betrachtete sich und ging hin und vergaß alsbald, wie er war. Wer aber hineingesehen hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei blieb, wer nicht ein vergesslicher Hörer war, sondern ein wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn einer meint, fromm zu sein und zügelt seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, dessen Frömmigkeit ist umsonst. Reine Frömmigkeit, fleckenlose vor Gott dem Vater, ist das. Nach den Weisen und Witwen sehen in ihrer Trübsal, sich selbst frei halten vom Schmutz der Welt. Reine Frömmigkeit, fleckenlose vor Gott dem Vater, ist das. Reine Frömmigkeit, fleckenlose vor Gott dem Vater, ist das. Vielen Dank.